Okay, back in the game. Ey, nein, meine Krone ist toll, ich werde meine Krone behalten, leck mich am Ahr! Nein! Am Ahr! Am Ahr! Ein Speer! Am Ahr! Ein Speer! Nein, nein, nein! Ich lebe noch! Oh, fuck! So, ja, wir sind zu fünft. Wundert euch nicht über eine fünfte Stimme oder vielleicht eine sechste. Wir sind live, wie ihr oben rechts in der Ecke sehen könnt. Ist ja nicht das Problem, gib mir das! Huch! 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 Meine! Die Schlangenkanonen sollen mir! Nein, ich bin grün. Deine Mama! Best Color! Die Farbe hat überhaupt nichts damit zu tun, das hat uns Obama schon gesagt. Alter, das ist Stickfight, das Game ist rassistisch pro 10. Rrrr! Nicht ich, nicht ich! Nein! Wollen wir jetzt vielleicht mal ohne Waffen spielen? Nein! Doch! Smash-Klon! Wollen wir nur noch Schlangenwaffen spielen? Nein! Ja, okay! Alles, alles, was du sagst, mein Meister. Erlebt es einfach nicht. Na, hat deine Mutter bei der Geburt auch gesagt? Deswegen habe ich jetzt Imbars Skills und kann nicht sterben, ja. Ja, okay, jetzt hat das ganz... Oh, nein! Ah! Das funktioniert nicht. Ach, komm, mach keinen Quatsch, du Eierkopf. Wir werden jetzt fünf Mann, ne? Ja, da... Jetzt... Ja, da... Ich will, ich will, ich will auch noch dabei für ein paar Rundschuhe. Okay, ja, leh, wow, alright. Es kann nicht sein, dass ich den Waffensporn auf ganz viele gesetzt habe und nur die Schlangenwaffen erlaubt habe. Nein, das glaube ich nicht. Kann nicht sein. Die ganzen Schlangenwaffen, oder? Ist das nicht erlaubt? Ne, das ist, äh... Ja, was, 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 was erlaubt man sich? Aller... Das kann doch nicht angehen, als dass ich auf einem zuschauen kann. Was ist los mit euch? Oh, yeah! Hä? Was? Ah, verstehe. Woll grad grad sagen, warum kommen da keine Schlangen raus? Nein! Nein, du Ballwaffen an! Nein, es sind Granaten, die Schlangen... Hey, hört man mich noch? Ich fall, ich fall runter! Instanz! Wie willst du gucken? Es lag grad voll übel. Es lag und mein... Ah, mein Mic zickt! Das ist, das ist, das ist das, was die ganze Zeit hier am rumbimmeln ist. Ich denk schon, mein Controller meldet sich ab. Nein, mein Mic ist am zicken. Na, ob man die Folge noch benutzen kann? Ah, wird schon gehen, wir labern eh nur viel Scheiße. Ach, wenn, wenn sie die nicht benutzen können, dann kann ich ja sagen. Himmel! Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, was ist das? Meinst du echt? Du kannst doch ein bisschen von dem Schick von mir erstragen, Timo, was ich laber. Ja, wir haben ja nicht nur ne dicke... Ah! Dicke Session Final Fantasy hinter uns oder so, Alter. Boah, ich hab... Das darf's keinem erzählen, Alter. Ich hab heute so viel aufgenommen. Ja, nicht nur, dass ich euch alle bei Final Fantasy ertragen habe. Ich hab ne dicke Session Xenoblade aufgenommen. Und jetzt, äh, ja, kann ich nicht genug kriegen. Hab wieder zu viel Energy gesoffen und zocke. Ich mein, Stickfight ist das auch ideale Game, wenn man sich um, äh, 21 Uhr noch einfach ne Dose Energy reinpfeift. Wurde ich gerade erschlagen von Eis? Wurde ich gerade erschlagen von Eis? Wurde ich gerade erschlagen von Eis? Was? Wir wachen beide gleichzeitig! Hockt sich mal einer ins Gebüsch, da fängt Timo an zu lachen. Er weiß warum. Ja, super, weil du den Busch geschissen hast. Sind ja wieder nur Schlagwaffen jetzt? Nein, ich hab jetzt wieder alle normalen Waffen angeschaltet. Wir haben auch wieder die Waffen-Sporn auf normal geschaltet. Ja, oder, oder mach mal nur Shotguns. Wir sind ja gerade die ganze Zeit diesen Laser-Weapons, nur Shotguns wär echt witzig. Ach, echt? Oh Gott, ich muss, ah. Nein! Ich hab gedacht, du hast mich mit dem Laser gekillt, obwohl ich... Ich kann nicht zuschauen, ich hätte echt voll den Kommentator gemacht. Schade, Mann. Nee, ist doch eh mit Verzögerung, oder nicht? Ist ja... Ah, egal. Ja. Gute Idee, uns in der Lasermap am einstigen Safe-Spot festzukleben. Ja, aber es klappt einfach nicht. Bei allen drei nicht. Wir können ja sagen, was passiert. Also, ich renne jetzt nach rechts, links, rechts, links, rechts, 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 rechts. Kannst du auch einfach den Konami-Code... Oh, no! Er hat echt gewonnen mit nichts tun! Obwohl ich nur Waffen eingestellt habe. Ja, das ist richtig! Ich bin der Nico des Kilt in der Lord of War. Er vertickt die Waffen. Vergiss es, André stand auf dem Safe-Spot. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Nein, 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 nein! Nein, das machen wir nicht! Wie sollte man Stickwasser für fünf Leute machen? Äh... Ja... Kennst du Smash Bros? Geht mir da! Ja, Mann! Oh, wo wir gerade schon bei Name-Dropping sind. Wer spielt demnächst mit mir Dragon Ball? Wer fühlt? Am 9. August kommt erst mal Monster Hunter. Oh, ja! Äh... Für euch! Wow! Seid doch noch herablassen! Ich bin halt doch schon ein Konsolen-Kiddy! Ja, wenn ich, wenn ich mir extra für Monster Hunter eine fucking PlayStation gekauft habe und bisher nur ein Video damit gemacht habe, dann darf ich herablassen sein. Nein! Nein! Ich will nicht... Hu! Ich glaube, im Moment hat Don'tless M echt gute Chancen vom Spiel her. Nein! Doch! Na ja, Mike, halte sich in dieser Schule aus. Ja, das ist das Einzige, das darf in der Schule aussehen. Die... Habt ihr was gegen Stuhle? Nur du! Gleich gehen! Dreh dich doch einfach ein bisschen mehr, bitte! Ach! Scheiße! Was? Du... Machst doch schon mit dem Arsch dran an dem Ding! Ha! Sein Arsch ist resistent! Hehehe! Man ist der Gliedschwächer die ganze Zeit! Boah! Ich hab' Erfolg gekriegt! Warum? Ist so ein Stick mit der Gliederschwächer und so ne Assis-Kappe! Ah! Ja! Ah! Der Meister spricht! Oh! Ah! Diese Karte! Aua! Mein B ist leer! Ich mag... Ich mag die Eisskappe, da kann man mal alles zerstören! Der spielt nur tot! Guck mal, der hat ein Schild! Der spielt nur tot! Oh, tut er nicht, okay! Das ist ein Bug! Na, verstehe! Oh! Oh! Woran bin ich? Ach, egal. Der Wahnsinn ist, dieses Spiel ist so minus zeitfressend, weil die Runden so ultimativ schnell sind. Ja, wow. Wisst ihr eigentlich, also ich meine, wir sind jetzt in der zweiten Folge der Session und wir haben nicht mal zehn Minuten auf der Uhr. Das ist der Knaller. Ich hab keinen Bock mehr. Was lernen wir da aus? Nicht auf Stacheln am Ende der Map treten? Erst oral, dann einmal. Ähm. Ich bestätige, dass das richtig ist. Wenn du ein paar Arbeitskollegen von mir fragst, dann ist das egal. Wupp, wupp. Ja, ich meine, am Ende gibt's ihr am Rügel, ne? Ja, nun. Ist nicht mein Mund los, wo es reingeht. Oh Mann, warum sind meine? Doch, doch. Ich bin tot. Ich mach Yoga. Ich möchte mich suchen. Oh, ja. Was macht ihr denn da für den Gangster-Style? War gelogen. Ah, k-k-k-k-Kombo. Oh, es ist... Ernsthaft? Naja, gut. Warum war Karsten nicht tot? Ich hab ihm in den scheiß Kopf geschossen. Ah, nice. Nice, Blue. Los, meine Diener. Krieg den. Das sind meine Diener, du Affe. Züchte gelbe Schlangen und wir reden weiter. Ich kann ja auch kippen. Oh, Coddy, der Camper. Was? Oh, da war ja... Oh. Der Camper, Bitsche, ey. Echt mal. Camper, Camper. Das kann, der kann's. Ja, wow. Hier, ich campe. I am the Camper, Camper. Nein, 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 nein. Lass mich los. Nein. Ich bin doch euer Meister. Du kannst es schon mal nicht, André. Nein. Ja, jetzt springst du. Scheiße, ne? My life was supposed to camp. I am the Camper Camper. Aber nicht verstehen, wo Kevin mitmachen kann. Nein. Okay. Nein, Kevin ist aus, Schlesi. Ich hab den Erfolg... Okay, Freunde, ich geh zurück in meine Kiste. Okay, dann verabschieden wir uns mal. Ja, es war eine Decke und dann eine Kiste mit warmem Kakao. Ja, genau. Eine Kiste. Ist das ein Schlangenmesser, oder? Was ist das? Nein, das ist eine Schlangenmesser. Oh ja. Stopp, ich bin doch. Nein, nein. Okay, gut. Doch, 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 doch. Also, drei, zwei, eins. Sauer, geht da rum. Was? Ja, schießt gegen die Lava, bitte. Was ist das denn für eine zirpende Grille, Mann? Geil. Doppelgeil. Okay. Ja, gut. Folgen Ende. Like, abonnieren, kommentieren und unterteilen. Tschüss.